Er kommt aus Hamburg seit kurzem, er wohnt, er ist noch vor Corona hierher gezogen und jetzt lernt er diese Stadt kennen in seinen eigenen vier Wänden. Das ist für ihn vielleicht ein bisschen doof, aber das holen wir alles nach. Zu Hause jetzt vollkommen ausrasten für den ersten Slam des Abends für Johannes Fleur. Ich bin glaube ich vor zwei Monaten ungefähr nach Hamburg gezogen von Krefeld aus um das mal ganz schön runter zu kommen, das ganze wilde Krefelder Party leben. Jetzt immer in Hamburg ein bisschen runter zu schalten, nicht so viel zu erleben, um ein bisschen zu Hause zu bleiben. Ihr seht das vielleicht auch, ich sehe auch nach Quarantäne aus. Ich finde, man muss die Quarantäne auch äußerlich ausstrahlen. Ihr seht dann am späteren Verlauf des Abends auch noch Künstlerinnen und Künstler mit Balkon oder Leute, die sagen, ich rase mir meinen Bart ab. Ich finde, das gehört sich so. Also es ist auch meine erste Pandemie. Ich weiß nicht, welche Regeln es da gibt, aber ich lasse die Scheiße jetzt stehen. Man muss auch so verlottert aussehen, wie man sich fühlt. Und ja, ich finde es insgesamt sehr klasse in Hamburg. Bis jetzt eine klare 2+. Ich habe aber auch schon in schwierigeren Städten gewohnt und das nun folgende Gedicht wird sich auch kritisch auseinandersetzen mit einer anderen Stadt, in der ich mal aus Versehen zwei Jahre gewohnt habe. Es ist aber auch ein kleines, süßes Tiergedicht, wie sich bereits im Titel des Gedichtes erahnen lässt. Es ist ein Gedicht mit dem Titel Die Schnecke. Und ich freue mich, weil ich kenne das Gedicht und ich bin länger nicht aufgedreht. Mal gucken. Die Schnecke. Sie wohnte in einem Schneckenhaus und guckte da nur selten raus. Tat sie es mal, wuchs der Zorn um sie rum. Nur Paderborn. Und das ist dann das komplette Gedicht. Also ich bin da, wie gesagt, nach zwei Jahren auch schnell wieder weggezogen, habe dann noch ein bisschen Zeit in Krefeld verbracht und bin jetzt hier in Hamburg angekommen. Und hier ist es fantastisch und schön. Ich hänge aber jetzt natürlich die meiste Zeit im Internet ab und zum Beispiel gerne auf Twitter. Und da schreibe ich immer gerne so kleine Dialoge, weil da hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, man würde zwischenmenschliche Interaktionen betreiben und hätte sowas wie Freunde oder so. Und einen kleinen aktuellen Dialog habe ich euch dann noch mitgebracht. Er hat keinen Titel und geht folgendermaßen. Polizei. Ja, hallo, ich möchte was melden. Bitte. Mein Nachbar, Herr Mayer, der ist draußen im Park. Ach. Ja, ich sehe ihn hier klar und deutlich. Sind Sie Herr Gruber? Ja, woher wissen Sie das? Herr Mayer hat uns eben angerufen. Warum? Weil Sie auch im Park sind gerade. Boah, was für ein Arschloch, das gibt es ja wohl nicht. Und solche kleinen Dialoge. Wie gesagt, die sind bei Twitter zu lesen. Teilweise gehen die da auch viral. Die haben 20, 30 Likes oder so. Also surft mal bei bei vorbei bei Twitter im Internet. Kommen wir jetzt zu meinem eigentlichen Text. Ich habe ungefähr sieben Minuten Zeit. Die fülle ich jetzt hier mit. Und zwar ist es so, dass ich nicht nur kleine Sachen mehr ausdenke, sondern ich auch ein kleiner Philosoph bin. Ich stelle mir viele kleine Fragen, sowas wie oder so kleine Alltagsfragen eben. Ich bin so ein kleiner Philosoph. Und eine kleine Auswahl an Fragen habe ich euch mitgebracht. Ihr könnt ja gerne überlegen, ob ihr eine Antwort auf eine der Fragen habt. Falls ja, schreibt mir einfach eine kleine SMS. Ich freue mich auch über Kontaktaufnahme. Meine Handynummer. Ach komm, ist auch egal. Ist die sieben. Einfach eine kleine SMS schreiben. Gibt es eigentlich eine größere Zahl als 9.493.712? Welche Tiere waren vom lieben Gott ursprünglich mal ironisch gemeint? Sowas wie Rhinozeros oder so? Was erzählen sich eigentlich die drei Chinesen mit dem Kontrabass? Und warum wurde ihr Gespräch von einem Polizisten unterbrochen? Wird der dritte Weltkrieg jetzt eigentlich bei Sky Sat.1 oder Netflix übertragen? Muss ich da noch ein Abo für abschließen? Bin ich der Einzige, der früher bei der Formel 1 immer Yano Trulli die Daumen gedrückt hat? Einfach weil ich seinen Namen so lustig fand. Yano Trulli. Finde ich irgendwie witzig. Darf man alle, die auf Krawall gebürstet sind, einfach so über einen Kamm scheren. Ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Was ist, wenn man Work und Travel in Australien gemacht hat, wiederkommt und dann ist man der gleiche Mensch wie vorher? Hat sich das überhaupt gelohnt? Muss man dann noch ein Jahr zur Strafe nach Hannover oder so? Ist am Walzer im Fünffvierteltakt mathematisch überhaupt möglich? Was machen eigentlich Putzerfische, die im Aquarium immer so an der Fensterscheibe rumkleben? Also Fischer. Was machen die eigentlich in der freien Natur? Schwimmt ihr denn durch den Ozean auf der Suche nach einer Fensterscheibe und sterben dann irgendwann total traurig und enttäuscht? Warum mögen alte Leute kein Ketchup? Wie cool ist das Wort Mähdrescher? Wenn hippe Leute immer dahin ziehen, wo es günstig heruntergekommen und langweilig ist. Warum kommen die denn nicht nach Krefeld? Ich wachte. Oder ich hab gewacht. Ist egal. What should we do with a drunken sailor? Warum bekommt man von Bierkopfschmerzen, aber nicht von Mozzarella? Einreder. Warum fallen die nicht einfach um? Jetzt frage ich mich. Egal. Was kostet eine Renovierung, wenn man so richtig auf den Putz gehauen hat, wenn es sauerlustig macht? Warum verstuhnen Württbürger dann keinen Humor? Das wird man ja wohl noch fragen dürfen. Findet ihr Zucker nicht auch häufig total raffiniert? Das ist ein kleines Wortspiel. Naja. Wie klingt das, wenn man die Super Mario-Melodie auf seiner Wange nachspielt? Achso, das kann ich kurz vormachen. Und so weiter. Ich kann es jetzt nicht ewig weitermachen. Ein Techniker hat schon enttäuscht gelacht. Ein kleiner Mensch klatscht. Dankeschön. Die kannst du nachher dann noch eine CD kaufen. Ich hab ein paar mit. Aber mit anderthalb Meter Abstand. Was ist, wenn man mit seinen Freunden den Banküberfall aus dem Film Oceans Eleven nachahmt? Ist man dann ein Raubkopierer? Wenn Super Mario kein Italiener gewesen wäre, sondern Deutscher, hieß er dann toller Jochen oder prima Klaus? Gab es die Bielefeld-Verschwörungen wirklich? Warum ist Bernd Begemann nicht weltberühmt? Warum gucken nicht alle Leute Frühstück mit Simon? Warum haben Kühe und Schweine überhaupt eine Leber? Die saufen doch gar nicht. Und wie reagiert der Körper, wenn man Schlaftabletten in Kaffee auflöst? Und das ist dann dringend, dass der Körper dann nicht komplett verwirrt. Und die SPD, was ist da eigentlich schon wieder los? Das ist ganz praktisch. Das kann man immer vorlesen. Das gilt irgendwie immer. Das ist so eine Frage, die gilt immer. Die älteren Leute können jetzt den Jüngern erklären, was SPD ist. Oder diese hier. Und hat euch das reine Vorlesen von Fragen mehr gefallen als jetzt Tiger King gucken oder so? Falls ja, dann würde ich mich über einen kleinen digitalen Applaus jetzt freuen. Jetzt besaufe ich mich mit anderthalb Meter Abstand im Backstage. Tschüss.